Moin und Herzlich Willkommen. Mein Name ist Patrick-Gelma-02. Auf jeden Fall, was machen wir heute? Ich hatte mir überlegt, dass wir einmal in das Tal der Könige reisen. Dann, von da aus wollte ich mich mal umgeschaut haben. Und zwar... Wer wird denn jetzt da? Ach, da unten. Ja, stimmt. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Moment, war das? Ja komm, komm. Hey, was? Ich schlitze dich auf! Was? Zu langsam! Zeig dich! Na los, trau dich! Na los, trau dich! Hey! Hey, was? Na los, trau dich! Da muss ich jetzt ganz gehen! Feder Maus! So, auf jeden Fall! Hiermit grüße ich einmal die DKMS, dann einmal den Papse von Dussern und dann einmal vegan Maus! Juhu! Wir reisen jetzt in das Tal der Könige! Ja? 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 Das war's! Ja? Da muss ich jetzt mal für dich um den Moment sein! Da wo ist, wenn du dich um den Tag schützt! Da wirst du dich dich! Da wirst du dich! Da wirst du dich! Es war's! Eie, der du dich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also mehrere. Also insgesamt 14 in zwei Staffeln. Ist interessant. Muss man sagen, ich habe es mir schon angeguckt. Und auf jeden Fall, dann weiß man warum, Teil der Könige. Nur schon mal so zur Info. Na ja, ich gehe wieder runter. Woa. Ahera. Oh? Ja hier, ich gehe. Der Oh. Mal gucken, wo der lang läuft. Ach, scheiße. Woah. Hiyah! Woah. Hm, hm. Das Zimmern auch. Oh. 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 Ich will nicht, dass er noch hoch geht. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Wir werden mal eben kurz die Pfeile tauschen, dass er brennt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bajek, deine Mutter hätte dich damals abtreiben sollen. Dein Vater ist ein Inzestkind. So siehst du auch aus. Du siehst ein Inzestkind aus. Behindertes Arschloch. Echt? Deine Mutter hätte dich abtreiben sollen, Bajek. Du, Bajek, bist eine Schande. Du bist daran schuld, dass zusammen gestorben ist, Bajek. Du bist daran schuld. Niemand anderes. Du bist dummes Stück Scheiße, du. Bajek. Du bist kein Mörder. Du bist ein Mörder. Du bist ein krimineller Stück Scheiße. Mir bist du eigentlich gar nicht. Du bist es gar nicht schwer zu leben, Bajek. Das muss man ganz ehrlich sagen. Bajek ist schon ein Mörder. 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 Arbeite zusammen mit deinem Mauer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich sag auch später.